Musik Dreidimensionale Kunst hat die Menschheit von Anbeginn der Zeit begleitet. Sie hilft uns Dinge zu veranschaulichen, ist fühlbar und erlebbar. Skulptur ist universell verständlich. Sie lässt eine enorme Vielzahl an Perspektiven zu. Jede Kultur, jede Gesellschaft und jeder Mensch hat seine eigene. Zwei Menschen werden in derselben Skulptur nie das gleiche sehen. Perspective Matters. Skulptur ist auch Ausdruck einer sozialen Verantwortung. Nichts braucht unsere heutige Gesellschaft mehr als ein Verständnis für unterschiedliche Standpunkte. Skulptur war noch nie so relevant für unser Leben und unsere Gesellschaft. Sie zeigt, dass unterschiedliche Perspektiven friedlich nebeneinander existieren können. Seit 15 Jahren bringt Skulptur Network verschiedene Perspektiven zusammen. Auch ihre. Wir sind Europas größte Plattform für zeitgenössische dreidimensionale Kunst und haben es uns zum Ziel gesetzt, diese Kunstform zu unterstützen und zu fördern. In unserem Netzwerk verbinden wir Sammler mit Profis, Studierende mit Galerien, Kunstliebhaber mit Künstlern und alle mit der Skulptur. Mit Start geben wir diesem einzigartigen Konzept ein Gesicht. Jedes Jahr im Januar treffen wir uns am selben Tag, zur selben Zeit, an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt, um unsere gemeinsame Leidenschaft zu feiern und dreidimensionale Kunst live zu erleben. Heute sind Sie dabei, als einer von 5000 Teilnehmern an 75 Orten weltweit. In den letzten 15 Jahren ist unser Netzwerk stetig gewachsen. Dank Ihnen und Ihrer Leidenschaft zur Skulptur ist es zu einer lebendigen, blühenden Plattform geworden. Dafür sagen wir Danke. Feiern wir eine Kunstform, die nie sterben wird und die für jeden von uns etwas Besonderes bedeutet. Feiern wir die dreidimensionale Kunst. bei der numerous Zweck prächtten gut ausgehen und den